Okay, so jetzt rede ich ein bisschen über deutsches Essen und, oh, ich vermisse es so viel. So, hier in Amerika haben wir nicht so wunderbares Essen wie in Deutschland. Wir haben bestimmte große Dinge wie Hamburger und so weiter, aber das haben wir ein bisschen von innen gekriegt in Deutschland. Aber was ich vermisse ist, wie viel gutes Fleisch sie da hatten in Deutschland. Diese Brotwurst oder Bratwurst, wow, ich kann kaum Deutsch reden, Schnitzel, Sprödel, was auch immer. Es war einfach so toll. Wir haben immer einfach auf der Straße von diesen kleinen Läden gekauft. Essen dort gekauft, zum Beispiel Nürnberger, als ich da in Nürnberg war, diese kleinen Würstchen. Und ich habe auch viel Rotkohl gegessen. Ich vermisse Rotkohl, wir haben das nicht hier in den USA. Was noch gab es? Sie hatten viel Eis überall. Man konnte einfach Eis auf der Straße kaufen. Ich vermisse auch, was noch? Oh, die vielen Getränke da. Also ich meine Mezzomix oder, ja, das haben wir gar nicht hier in Amerika. Wir haben einfach nur Coca-Cola und eigentlich in Deutschland, Coca-Cola schmeckt besser als in Amerika. Ja, einfach tolles Essen.